Ja Leute, und damit einen herzlichen Willkommen zum besten Spiel, das ich jemals gefunden habe. Es heißt Let's World. Es ist so ein geiles Spiel. Echt. Es hat die beste Grafik, die es gibt. Und die beste Musik. Hört euch doch mal die Musik an. Die ist so geil. Ja, geil. Und die Töpfe sind so schwer versteckt. Das Spiel habe ich immer früher gespielt. Und die Schnecken, das ist sogar nicht mal eine Verarschung von irgendwelchen Spielen. Ja, die Musik finde ich auch so richtig geil. Nein. Ja. Damit fängt auch meine Serie an zum besten Spiel. Das Level war richtig schwer. Ich kann es kaum glauben, das Level war so schwer. Es hat mich richtig herausgefordert. Richtig. Oh Mann. Epic. Ja. Oh, der. Sein Kopf kann springen. Ja, los spielen. Ja. Damit fängt meine Serie an, die besten Spiele aller Zeiten zu zocken. Ich muss wirklich sagen. Ja. Ja. Juhu. Ja. Ja. Ich muss wirklich sagen, die Töpfe. Dieses Kott ist wirklich gut versteckt. Was? Was? Was sagen sie denn? Ich verstehe nicht. Du Kobalt. Du und Kobalt. Oh nein. Ich habe mich getroffen. Das komische Stacharschwein hat mich getroffen. Ja, ich habe es schon wieder geschafft. Ich muss wirklich sagen, die Level sind einfach. Geil. So viele Punkte habe ich. Spring. Spring, mein Fickarsch. Ja, die Musik ist echt geil. Das Spiel muss ab 18 frei gegeben werden. So. Ich muss auch noch schreiben. Was? Oh, a brick more. We need more ammo. Amo? Oder Anus? We need more Anus. Ja. Kieferzapfen. Mag ich gerne zum Essen. Gib sie den Tag bei mir zum Mittag. Na, Süß. Hast du dein Geld verloren? Oh, scheiß Ding. Ja, ich habe mich getroffen lassen. Ja. Ja, das Game ist Epic. Das Game ist so beeindruckend. So geil. Geiler. Daniel. Ich bin beeindruckt. Nicht. Ja, und die Musik, die ist immer gleich. Aber das ist gut. Oh, die Kleeblätter können sich sogar begeben. Das ist voll die Logisch-Gig. Das ist das logischste Spiel, was ich jemals gelebt habe. Wie? Nein. Boah, Mann, was? Kann er schon wieder was mischen? Mann, was machst du hier? Ich bin in deiner Aufnahme. Ich bin in deiner Aufnahme. Geil. Klasse. Klasse. Meine Mutter hat mich jetzt auch noch meine Aufnahme gestört. Das ist ja richtig geil. Umso besser ist, hochzuladen. So, und ich habe noch verloren. Das ist so geil. Junge. Was? Ich habe mein Leben nicht verloren. Ich kann auch noch so geil hochspringen. Ups, tut leid. Sehr leid. So. Das ist wirklich das beste Spiel, was ich jemals hatte. Echt. Früher habe ich sogar noch mehr gemacht als jetzt. Ich hoffe, dieses Spiel schafft es. Ja. Ja. Das ist so einfach. Nicht. Es ist richtig schwer. Ja. Ist das dein Haus? Das ist ein schönes Haus. Das muss ich. Das will ich besuchen. Ja. Und sogar in einem Haus ist die schöne und beste Musik. Ja. Das ist nicht mehr. Ich kenne wohl. Was? Das ist so gar nicht mal eine Jump'n'Run-Verarsche. Das war so schwer. Das war noch schwieriger. Das ist das beste Spiel. Das beste Spiel, was ich jemals hatte. Ich würde... Hol's euch. Nein, war nur ein Prank. Wenn ihr mehr wollt von diesem, ähm... Die besten Spiele, die ich finde. Also die besten, sag ich mal. Zwinker. Dann schreibt es in die Kommentare. Also, ciao. Ich sag das schon.